Hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Magica. Ich bin gerade noch mal aus dem Spiel rausgeflogen, als ich die neue Aufnahme angefangen habe. Aber glücklicherweise sind wir genau an dem Stand, wo wir auch ursprünglich die letzte Folge beendet haben. So, und wir müssen dieses Mal diesen Stampfer passieren. Und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. So, Scrollrat. Ach, Scrollrat. Hallo, hallo, hallo. Achso. Wir mussten den Welser noch einmal nehmen. Errungenschaftsfortschritt, okay. A. S und F. Hast. Leertaste. Juhu. Juhu. Okay, wir haben es geschafft. Kobolle sind feige, aber sie greifen an, wenn sie in die Enge getrieben werden. Ist deine Zauberleiste leer, nutzt sie entweder Kreis oder Kraft, um einen Stoß auszuführen. Die Tür am Ende dieses Tunnels ist verschlossen. Sie öffnet sich erst, wenn alle Kobolle tot sind. Ähm, okay. Seine Zauberleiste leer, den Kraft, um einen Stoß auszuführen. Buff. Achso, verstehe. Probieren wir es mal. Okay. Das war jetzt nicht sonderlich schwierig. D und F können wir auch kombinieren. Okay. Hallo. Mein Gott, er ist ja schon ein bisschen brutal, muss ich sagen. So, das war's mit den Kobolden. Können wir die noch irgendwie plündern, looten oder sonst irgendwas? Scheinbar nicht. Na gut. Hier gibt's auch nix. Die nächste Tür kann nur durch das Umlegen des Hebels auf der anderen Seite des Raums geöffnet werden. Ach nö, da ist so ein blöder Boss oder sowas. Kontrollpunkt. Was macht sowas im Klärkamm? Sieh hoher, schau an, der Augentür an. Irgendwie sowas. Schild. Typ Schild, Eigenschaften, Schutzbarriere, Gegenteil, Schild. Aha. Nutze Schilde, um dich vor seinem Fernangriff zu schützen. Du kannst Schilde aufwerten, um ihren Widerstand zu vergrößern, indem du wiederholt die Leertaste antippst. Siege sieh da, schau an, den Augentür an. Sieh da, schau an. Boost. Okay. Schild, think. Oh, der tut ja weh. Also da muss ich nochmal reinkommen, auf jeden Fall. Ähm, FD. Huch. Was hab ich jetzt gemacht? Die Treppen führen zurück zur Party. Geh hin und hab Spaß. Na gut, okay. Also wir haben ihn besiegt. Ich glaub, wir haben ja irgendwo einen Kronleuchter runtergeschlagen. Interessant. Na gut, okay. Jetzt gehen wir zur Party. Wow. Nerebba. Sie singt Titor Nere Fritzel. Niveet, äh, Fisutitor. Sie ist eine Missa. Anywho. Sie singt Propfellnade. Der war nur braun auf Nittanidu. Wiederbelebung. Ich krieg die ganze Zeit Achievements jetzt hier. Er lernt Verwirrung. Es hagelt Achievements. Der war superbesten Spatz in Nere. Innerwie hau. Arkydance. Okay. Du musst die Marquis-Leiste nicht aufrufen, um an bestimmten Marquis zu wirken, solange du die Kombination auswendig weißt. Meteoritenschauer. Hast. Wiederbelebung. Verwirrung. Absturz auf dem Desktop. Um Gottes Willen. Ich glaub, das sollte ich mal ausprobieren, abseits des Let's Plays. Oh, Leute. Ich hab's nicht gehört. Nicht so denken. Nicht so wollen. Ich denke. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht gehört. Okay. Der war superbesten Spatz in Nere. Innerwie hau. Jaja, Unfälle. Mhm. Mit dem können wir nicht interagieren. Ist das da tanzen, was die machen, oder? Davos Arvati. Der Double Grey. Neno. Vario cool Bekois. Die machen Mucke. Also hier steppt wirklich der Bär. Muss man ganz ehrlich sagen. Der Grimnir Banner am Orden. Der Wiese Gartenlär. Du ne Mörder ist Guggen. Tell ihm, was er heilt. Wahrscheinlich ist dieser Grimnir der Bösewicht in diesem Spiel, den wir besiegen müssen. Kann ich mit euch noch reden? Da. Ach, der Pans. Okay. Ich hab dieses Termin-Ding zum 17 Uhr. Mhm. So, da oben können wir, glaube ich, nicht weiter. Dann gehen wir mal hier raus. Dann würden wir ja nur wieder zurückkommen. So, jetzt sind wir draußen. Kontrollpunkt. Guten Tag. Hier in der Bösewicht. Ich glaube, sie war raus. Vielleicht solltest du sie einfach mal öffnen. Mhm. Sieht nicht sehr robust aus. Wir wissen, was das heißt. Jetzt, wo die Tür weg ist, fühle ich eine gewisse innere Leere. Mhm. Was ist das? Erhalten. Stab des Weißen Weisen. Drücke die Tab-Taste, um deine normale Ausrüstung anzuzeigen. Stumpfe Klinge. Sämtliche Klingen im Orden der Marquis wurden stumpf gemacht, um Unfälle zu vermeiden. Ja, aber wenn du die Welt retten willst, ist das natürlich sehr von Vorteilen. Schadens-Typ Körpernieder und Exerkeins starb des Weißen Weisen. Der Weiße Weise hatte früher eine andere Farbe, ist aber nach Midgard zurückgekehrt, um seine Zauberkollegen zu helfen. Und ist dann gestorben. Ende der Geschichte. Passive Fähigkeit erhöht Lichtreichweite. Aktive Fähigkeit, angsteinflößendes Licht. Das ist jetzt aber nicht so ein bisschen von Gandalf dem Grauen oder Gandalf dem Weisen abgeguckt, oder? So. Ist das nicht auch irgendwo so ein Inventar oder sowas? Oder so eine Steuerung? Hm. Scheint Blocken zu sein. Alt. Groß. Rechts ist es. Technik. Aber ich kann hier, glaube ich, auch... Ich kann mir die Steuerung nicht angucken. Sehr schön. Wir werden es schon rausfinden. Ah. Ja. Geh mir, dass du mir gut gehst. Ja, ihr habt alle mal die Welt gerettet. Also einverstanden mit, dass wir nicht einverstanden sind. Und einverstanden. Ja. Ja, ich weiß. Ihr habt alle schon mal die Welt gerettet. Ihr habt das alles schon mal gemacht. Und das ist ja auch völlig normal, dass jeder mal in der Rahmen seiner Ausbildung zum Magier mal die Welt retten muss. Wenn du die Welt nicht rettest, hast du halt verkackt. So. Da ist das ein Toilettenhäuschen. Nichts als Spam. Achso. Das ist ein Briefkasten. Wie ist das jetzt gerallt? So, was bist du für einer? Ja, Morgus Batson. Ihr kastet den Nidu. Ja, für mich. Ganz bestimmt. Buff, buff, buff. Okay, das bringt mir hier alles nichts. Kann ich hier unten lang? Scheinbar nicht. Okay. Ein bisschen Fliegenpilze. Die können wir auch nicht mitnehmen. Schade. Würde mich auch nicht wundern, wenn die Fliegenpilze futtern würden. Oh. Und über die Truppe kann ich mitnehmen. Ah, Juni. Die Fliegenpilze sind in Norden. Die Fliegenpilze sind in Wetter. Goblins. Ja, die haben wir ja im Perka schon auseinandergenommen. Ah, Juni. Die Fliegenpilze sind in... Ja, ja, das hatten wir gerade. Das ist mal ein toter Elch. So, wir haben schon wieder ein Achievement freigeschaltet. Was war das? So, gerade jemand erschossen. So, ich will jetzt einfach mal kurz ausprobieren. Oh. Können wir hier auch noch irgendwo lang? Und wir kommen zumindest auf die andere Seite. Ach, herrje. Ah! Ah! Vermutlich, je weiter wir aufs Meer kommen, desto schneller... desto schneller wird das Ganze nachlassen. Oh, das war jetzt aber gerade interessant. Na ja, lassen wir das jetzt machen. Eine Brücke. Oh, und da oben ist was. Kommen wir da hin? Hallo? Kommt wir da oben hin? Können wir fliegen? Wahrscheinlich müssen wir von der anderen Seite dahin. Die Brücke ist kaputt. Die Zauber können doch nicht schwimmen. Tja. Müssen wir nochmal probieren, ob wir das nicht vielleicht hier einfrieren können wieder. Sehr kreativ. Oh, was ist denn das? Checkpoints stellen deine Gesundheit wieder her und beleben gefallene Kameraden. Wenn du selbst stirbst, schadest du am zuletzt aktivierten Checkpoint neu. Verletzt du jedoch das Spiel, schadest du wieder am Beginn des Levels. Im Spiel findest du Checkpoints wie diesen verteilt. Vor einigen schweren Kämpfen werden sie automatisch aktiviert. Ein Mann im schwarzen Cape habe ich gebissen. Ja, mir wird auch schwummerig werden, wenn ich von einem Mann im schwarzen Cape gebissen werde. So, aktivieren. Die Fee ist ein seltsames Geschöpf. Sie lebt bei Kontrollpunkten und fühlt sich von einsamen Seelen angezogen. Sie möchte den Freund sein, die keine haben. Sie wird sich opfern und diese Freunde selbstlos wiederbeleben, wenn diese im Kampf fallen. Ja, natürlich. Hey, Super Fee. Sie opfert sich freiwillig, um andere wieder zu überleben. Das ist so ein bisschen Märtyrer-mäßig, aber okay. Ähm, ja. Die Fee erinnert mich so ein bisschen an Navi aus, äh, Zelda. Ist nur ein Zufall wahrscheinlich. So, haben wir jetzt hier gespeichert? Wahrscheinlich. Eine Schlange. Das werden wir nicht untersuchen können. Eine Quest. Wahrscheinlich müssen wir da gleich Rüben pflücken oder so. Wir vereisen gerade die gute Dame hier. Stirbt! Im Puff. Okay, das war ja relativ easy. Entschuldigen Sie, junge Dame, dass ich Sie gerade versucht habe zu vereisen. Die Ratten sind nicht so wichtig, aber in diesem Spiel schaue das Inventar zu fehlen. Was ist das denn? Nein, Sie sollten das in der Fee-Ber-Lappen schreien. Wenn ich doch nur dieses Ausrufezeichen loswerden könnte. Nein, Sie sollten... Hey, ich habe ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ja, okay. Ähm, wir haben noch kein Inventar. Wie kriegen wir denn ein Inventar? Wie können wir das nehmen? Hey, Blössner! Ihr vorgelebt, dass ihr seid, komplette Spielen. Was macht denn mein Stab da? Stab des Weißen Weisen. Stab des Lebens. Okay. Was hat denn der? Der Stab des Lebens ist ein seltsames Objekt, der scheint spontan in Gärten zu wachsen. Regenerationsaura und aktive Fähigkeit wiederbeleben. Hm, okay. Ich würde aber sagen, ich behalte mal den Stab des Weißen Weisen. Ja, schön. Ähm, weil das Wiederbeleben macht wahrscheinlich im Online-Spiel mehr Sinn. Aber da wir ja alleine unterwegs sind, können wir uns ja nicht wiederbeleben, wenn wir einmal tot sind. So, und du kriegst ja ein komisches Ausrufezeichen nicht weg. Ja, äh, ich würde, wie gesagt, gerne ein Inventar haben. Ach, schon wieder Goblins. Ihhh, ich bin... Also, je mehr Zauberwerke aktiviert haben, desto langsamer werden wir auch. So, die Spinnen waren ja nicht wirklich schwierig. Hey, Listener! Was ist das? Ich kann nie loben, nie den Milchfee. Vielleicht kannst du Zauberflieger werfen. Also, das ist wirklich so ein Navi-Verschnitt, sag ich mal. Mit diesem... Hey, Listen! Aber ich finde das irgendwie cool, dass diese eingebauten Easter Eggs aus anderen Spielen... Okay, ähm... Ich würde sagen, wir speichern gerade nochmal eben kurz. Weil wir müssen die Folge nämlich auch wieder beenden. Und... Ja, für den Anfang, denke ich mal, reicht es erstmal. Wie gesagt, Magiker erscheint ja erstmal auch nur... Oh, muss es lang gehen? Hallo? Muss es dann lang gehen? Kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich komme mal nicht mehr zurück. Können wir eigentlich so mal speichern? Das ist ja doof. Das ist ja schön, dass du mich hast. Kann ich mir da jetzt was von kaufen? Der Hauptmann erwartet uns. Woher kennt uns denn der Hauptmann überhaupt? Hallo? Ah, Heldie. Die Björn. Moody Karl. Wir spätze alle Betafra... Oh. Wir ballen dich ballen! Es guckt jeder! Ich vermute mal, dass wir jetzt noch kämpfen dürfen. Jetzt rät mir doch nicht alle im Weg rum. Ihr Vollhonks. Ich, äh... Ich kann mal eben probieren, aber ich... Du, jelpen, tak, tak. Wie sie mag denn die manken. Ihr Bipel-Havinder, Herr Uderhjelp-Hast. Ihr Titern, ihr war superlöchst, und ihr klare nicht. Das ist ja holländischer Dialekt. So, äh... Marsch, Udag. Man, ihr fegt ein Alter. Ihr könnt, äh... Ykser haben, ihr wollt besser. Mhm. So, ich wollte ja grad noch eben was Meteoritenschauer ausprobieren. Ich hab nicht gewonnen für euch, ob das ist okay. Und, äh... Haben wir jetzt das Meteoritenschauer aktiviert? Ja, okay. Da sind wir irgendwie ein Alchemist. Ich will aber kein Alchemist sein. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich will kein Alchemist sein. Ich... Möchte... Wieder... Zurück... Na gut, okay. Dann, äh, sind wir jetzt halt ein Alchemist. Egal. Also, ich werd die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe mal, dass er an dieser Stelle speichert. Wenn nicht, ähm... Müssen wir uns noch mal was anderes überlegen. Also, ähm... In diesem Sinne... Wir sehen uns. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020